Wenn ich aber einmal anderer Meinung war, so verheimlichte ich ihm das, denn es wäre ihm nicht recht gewesen. Ja, und dann kam ich zu dir ins Haus. Dann ging ich aus den Händen meines Vaters in die Deine über. Du richtetest alles nach deinem Geschmack ein. Und so bekam ich denselben Geschmack wie du. Oder ich bilde es mir nur ein. Ich weiß es nicht mehr. Aber mir ist jetzt klar, dass ich hier wie eine Bettlerin gelebt habe. Nur von der Hand in den Mund. Ich lebte davon, dass ich dir Kunststücke vormachte. Das ist unsere Ehe gewesen, Torwald. Das ist mein Handy, das tut mir leid. Ich muss, das ist meine Mutter, kann ich ganz kurz ran? Ich muss jetzt einfach ganz kurz ran, es tut mir wirklich leid. Maiko, stehe. Nee, ich weiß nicht, ich habe lange Zeit, ich habe keine Zeit, ich kann nicht mehr, ich habe eine lange Zeit. Stehe. Ich kann nicht mehr, ich komme auf den Wochenende. Ich will, ich muss noch, dass ich wieder nachspan. Und du riechen immer noch lange, Maiko. Ich muss noch, dass ich wieder nachspan, nicht mehr, nicht mehr. Sabine? Hallo? Nein, ich bin gerade in München, aber kann ich dir erst später anrufen? Wie meinst du jetzt das? Was, du bist schwanger? Ja, und heute ist es? Oh mein Gott! Ja, ich gratuliert! Kann ich dir trotzdem erst später anrufen? Du bist erreichbar. Jo, okay, dann, jo, dann fisch, so, tschüss! Majko, so haben Sie kasne, war Sie? Ich liebe Sie, ciao! Wie heißt du? Komm, bitte! Beide, beide zusammen! Gehst du durch die Schule? Wo sind denn deine Eltern? Hallo! Mischa, wie oft habe ich dir gesagt, du sollst nicht mit anderen Leuten reden? Was hast du dieser Frau gesagt? Nichts!